Hallo, mein Name ist Tobias und in diesem Video werden wir aus unserer Kämmerroute einen externen Dienst ansprechen. Wir werden HTTP verwenden, um den Geocoder der Uni Heidelberg aufzurufen. Die GI Science Gruppe hat den entwickelt und stellt ihn zur Verfügung und wir schicken ihm eine Postleitzahl und einen Ort und bekommen dafür die zugehörige Geokoordinate. Schauen wir uns also an, wie der Geocoder funktioniert. Der Geocoder wird per HTTP angesprochen und um das zu debuggen, verwende ich üblicherweise die Postman Extension von Chrome. Die habe ich hier mal geöffnet und habe auch schon einen Beispielaufruf des Geocoders hier eingegeben. Das ist die Basisadresse des Geocoders und dahinter kommt der Query String, der sich zusammensetzt aus den Parametern. Im ersten Parameter Freeform Address wird die Adresse übergeben, die wir geocoden wollen, also sprich die in eine Geokoordinate umgerechnet werden soll. Und im zweiten Parameter MaxResponse gebe ich eins an, weil ich nur ein Ergebnis zurückhaben will. Es könnte ja sein, dass die Adresse mehrdeutig ist. Das interessiert mich aber nicht. Ich will die Geokoordinate ja nur ungefähr zurückbekommen und dafür reicht mir ein Ergebnis. Das schicke ich jetzt mal ab. Wir machen einen HTTP-Aufruf damit und zwar ein Get-Request. Das könnte man auch aus einem ganz normalen Browser heraus machen, aber wir verwenden hier eben Postman. Der macht hier auch auf dem Ergebnis schickes Syntax-Highlighting. Und das Ergebnis sehen wir hier. Das ist ein XML-Dokument. Und in diesem XML-Dokument steht eben genau die Geokoordinate hier drin. Ich nehme die mal mit, um zu gucken, ob das wirklich funktioniert hat, also ob das eine korrekte Geokoordinate ist. Gehe in den Browser und habe hier mal Google Maps aufgemacht und gebe die Geokoordinate hier ein. Da sehen wir, dass wir mitten im Wasser landen. Insofern hat Google Maps diese Geokoordinate nicht korrekt verstanden. Das liegt daran, dass der Geocoder die Geokoordinaten in einer Reihenfolge bringt, die Google Maps nicht erwartet. Wenn wir angeben, dass diese 7 Grad sich auf einen östlichen Längengrad, also E für East, beziehen und diese 50 auf einen breiten Grad nördlicher Breite, dann versteht Google Maps diese Adresse korrekt. Und dann schickt er uns hier nämlich nach Bonn. Und insofern sehen wir, dass die Zahlen tatsächlich korrekt waren und bloß die Reihenfolge Google Maps hier durcheinander gebracht hat. Ja, dann können wir noch schauen, was passiert, wenn der Geocoder eine ungültige Eingabe bekommt, also sprich die Adresse nicht versteht. Ich gebe jetzt hier mal als Postleitzahl 0, 0, 0, 0 und als Stadtname A, B, C, D, E, F ein. Und dann sehen wir, dass er uns einfach keine Geokoordinate zurückliefert. Ja, so weit, so gut. Und jetzt schauen wir mal, wie wir das aus Camel machen, wie wir also aus unserer Camel-Route tatsächlich den Geocoder der Uni Heidelberg aufrufen. Dazu gehen wir in unsere Route an die Stelle, wo wir den Geocoder aufrufen wollen und schreiben hier To. Und To bekommt ein Endpoint angegeben. Und Endpoint ist eine Ausprägung einer sogenannten Komponente von Camel. Und eine Komponente ist Unterstützung in Camel für ein Fremdsystem, was auf eine bestimmte Art und Weise angesprochen wird. Und hier eben für das HTTP-Protokoll. Das kann man googeln. Wenn man einfach mal Camel Components sucht, kommt man auf eine Dokumentationsseite, wo zahlreiche Komponenten aufgelistet sind, die Camel direkt von sich aus mitbringt und die eben Unterstützung für alle möglichen Protokolle implementieren. Und unter anderem das HTTP-Protokoll. Beim HTTP-Protokoll gibt es mehrere, wie man sieht. Hier habe ich 31 Hits gekriegt. Und nicht alle unterstützen das ganz generische HTTP-Protokoll. Aber hier finden wir eben unter anderem die JETI-Komponente. Hier steht einfach For Exposing HTTP Services HTTP. Was in der Dokumentation hier unterschlagen wird, ist, dass JETI genauso verwendet werden kann, um HTTP-Services aufzurufen aus Camel heraus. Das kann man aber lesen, wenn man jetzt dem Link folgt und hier auf die Dokumentation der JETI-Komponente kommt. Und wenn man sich die durchliest, das sollte man auch definitiv tun, dann sieht man, wie man die genau verwenden kann. Und eben genau das, was ich jetzt hier schreibe. Und zwar beginnt das mit JETI-Doppelpunkt. Damit gibt man erstmal, dass man JETI machen will. Und dann gibt man die Basisadresse des Systems an, das man ansprechen will. Und dann setze ich jetzt noch ein Parameter, der natürlich auch in der Dokumentation steht, und zwar Bridge Endpoint gleich True. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich vorher ein paar Header setzen, die mir den HTTP-Request, den ich wegschicke, genau parametrisieren, also konfigurieren, was da genau weggeschickt werden soll. Und zwar gibt es vordefinierte Header-Namen, zum Beispiel HTTP-Path. Und in dem HTTP-Path kann ich jetzt angeben, was der Pfad sein soll. Naja, der Pfad ist natürlich genau Slash Geocode, das, was wir wegschicken wollen. So, ich verwende jetzt hier die Simple Language, um den Pfad anzugeben. Die Simple Language ermöglicht mir Unterstützung für Dollar, geschweifte Klammer auf. Das ist hier nicht drin, das heißt, dieses Simple Language Ausdruck ist einfach genau Slash Geocode im Ergebnis. So, dasselbe mache ich jetzt mit dem Query-String. Query. Und sage auch wieder ein Simple Ausdruck. Und jetzt kommt der ganze Rest hier. Und jetzt will ich natürlich nicht immer nach 53173 Bonn suchen. Und deswegen übernehme ich genau diese Simple Ausdrücke von hier oben in den Query-String rein. So, bei dem DE-Zusatz handelt es sich um die Angabe, dass es sich um eine Information aus Deutschland handelt. Sonst missinterpretiert der Geocoder das zum Teil als US-Postleitzahlen zum Beispiel. Und das haben wir soweit. Und jetzt brauchen wir noch eine Angabe, und zwar, dass wir einen Get-Request absetzen wollen. Und das setze ich in den Header rein, der Exchange HTTP Method heißt. Und sage auch Simple Get. So, und jetzt kann ich hier noch ein bisschen aufräumen und kann hier einfach mal STRG-SHIFT-M drücken. Jeweils, dann bekomme ich hier wieder einen statischen Import von diesen Konstanten. Und das Ergebnis dieses Aufrufs lasse ich einfach mal auf der Kommandozeile aufgeben und sage, bitte gebe mir doch den Body aus und schaue mal, was dabei rauskommt. Camel hat uns einen Fehler geworfen, und zwar hat er gesagt, fail to resolve Endpoint, Jetty, Doppelpunkt und so weiter. Das heißt, er konnte den Jetty Endpunkt nicht auflösen. Das liegt daran, dass wir die Jetty Bibliothek noch nicht eingebunden haben. Das kann man auch in der Dokumentation natürlich nachlesen. Das habe ich auch getan und weiß, dass die Bibliothek einfach Camel-Jetty heißt, wie immer, wenn wir an der POM was geändert haben, markiere ich das Projekt, drücke Alt F5 und Enter und starte das Programm noch mal neu. Und wir sehen, dass das schon funktioniert hat. In dem Ergebnis XML-Dokument sehen wir, es wurde jetzt nicht nach Bonn gesucht, sondern nach Köln. Das ist eben genau das, was in der Bestellung, in der Eingabe drin stand. Wir suchen 50667 Köln und hier ist die Geo-Koordinate und die Geo-Koordinate ist auch genau die von Köln. Das heißt, wir sehen, das hat funktioniert. Und in der nächsten Lektion werden wir jetzt natürlich hergehen und aus diesem XML-Dokument genau diese Information hier herausziehen, nämlich die Geo-Koordinate. Aber das kommt eben erst genau in der nächsten Folge. Bis nächste Woche.